Brecht Caravan ist Ihr freundlicher und kompetenter Ansprechpartner rund um Freizeitfahrzeuge. Mit einem hochmotivierten und regelmäßig geschulten Team ist Ihr Reisebegleiter bei uns in guten Händen. In unserer neuen Werkstatt haben wir die Abläufe optimiert und die Kapazität vergrößert. Damit Ihr Besuch so reibungslos wie möglich abläuft, möchten wir Ihnen ein paar Hinweise mitgeben. Unsere Servicemitarbeiter versuchen bereits am Telefon, mögliche Lösungen für Ihre Anfrage zu finden. Wenn doch ein Werkstatttermin erforderlich ist, erfassen wir möglichst exakt die notwendigen Maßnahmen. Gerne können Sie uns Fotos zur Fehlerbeschreibung zusenden. Da wir sehr eng getaktet sind, ist es wichtig, pünktlich zu Ihrem Werkstatttermin zu erscheinen. Gespanne bitten wir bei Anreise vor der Hofeinfahrt zu parken und im Neubau sich anzumelden. Wohnmobile können direkt einfahren und rechts auf den Parkplätzen abgestellt werden. Durch die telefonische Vorbesprechung brauchen wir meistens nur Ihre Schlüssel. Gerne schauen wir mit Ihnen nochmal kurz das Fahrzeug an, bevor Sie es uns übergeben. Der Abholtermin wird telefonisch mit Ihnen abgestimmt. Falls wir das im Vorfeld unverbindlich geplante Datum nicht einhalten können, rufen wir Sie unverzüglich an und vereinbaren einen neuen Termin. Dies kann sein, wenn Teile fehlen oder zusätzliche ungeahnte Arbeiten notwendig sind. Unsere Mitarbeiter erklären Ihnen am Telefon, was alles gemacht wurde. So können Sie sicher sein, dass bei Abholung alles zu Ihrer Zufriedenheit gelöst wurde. Neben der Schlüsselübergabe erläutern wir Ihnen die Rechnung, die Sie bequem bargeldlos bezahlen können. Die Trinkgeldkasse haben wir noch nicht auf digital umgestellt. Das Team von Brecht Caravan wünscht Ihnen und Ihren Liebsten Gesundheit und viel Freude bei Ihrer nächsten Reise.